ARD Text im Auftrag von Funk Dann kann man bestimmt irgendwie aufmachen Wäre voll geil Ja kann man ja auch, wie 100, du Ich hab auch gerade... Oh shit Wie kannst du... Ja, 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 nee, das hast du dir so gedacht Max, warum hast du so kein Leben mehr? Weil mir gerade das Explosivfass aus der Hand geschossen wurde Ja, klar Hey, hier gibt's die übelst komischen Sachen Keine Sorge, Mann, ich hab die Dinge nur kaputtgeschossen Press the Machine-Button Ah, hier gibt's einen Tester Geil, hier gibt's einen Massentester Da kannst du zehn Leute auf einmal mit testen Aber wie macht man die Tür auf dazu? Ah, okay Boah, die Tür geht aber schnell zu Also hier gibt's auf jeden Fall einen Traitor-Tester Wenn ich eins wieder noch lebe Wo ist er? Nein Ich hab nicht mitgekriegt, dass überhaupt irgendjemand bestorben wird Max, bar, lebst du noch? Ich lebe auch noch Was ist hier hinten eigentlich? Lol Lebt Perry, ne? Hier hat irgendjemand ne Bombe gelegt, wo? Oh Hier hat jemand ne Bombe gelegt Okay Wo? Was? Äh, keine Ahnung, ich bin Wo liegt die Bombe? Äh, ich bin bei der Treppe, bei dieser... Wo man die Leiter runterklettern kann Oh Gott, der ist so gut für euch Ich bin einfach mal ganz nach unten gegangen Oh, der ist ein Tod Lol Auch wenn man grad nach unten geht Weißt du wo die war? Wo? Direkt da hinten an der Tür Lol Ist irgendwas passiert? Ich hab... Matze ist es, Matze ist es Ich konnte hier an... Hey, ich kann hier irgendwas biepen lassen Böp Böp Wer lebt noch von euch? Ich Ich lebe auch noch Dese Dese, komm mal mit, wo bist du? Soll ich nach der Runde mal was vorwarten, ey? Hier wo? Komm, egal Komm mit, komm mit, komm mit Alter Geh mal als Spektator hinter die Tresora Mach die Tür da vorne auf Ja, und das sieht voll behindert Hier links, geh weiter, nach links, links, links Glade aus Und in den Raum der Oh mein Gott, ich werde sterben Nein, nicht in den In den daneben Aha, ich werde gleich sterben Muka, ich... Wenn ich tot bin, ist es Muka Muka Und? Weiß nicht Ah, du bist green, okay Was ist denn das? Okay, dann lass mich wieder raus Was ist das denn jetzt? Das ist Traitor-Tester Luca, geh du da rein? Ja Bin in so einem Raum Oh, sorry Hey, wer hat Musik angemacht? Hey, wer hat Musik angemacht? Na? In diesem... Ein Raum da drin Da ist doch erst dieser Teleporter Ja Und wenn man als Interesse in den Teleporter reinkommt Ich bin grad in so einen Raum reingegangen Und da konnte ich mir Teleporter Also so eigene Teleporter zulegen Und wenn ich das selber halt teleportieren kann Und ich lege so ein Radio in der Mitte Das ist aber dann Zufall Wo man dann teleportiert wird Ich hab jetzt ein freier Teleporter Also ich kann mich ein 13 Mal teleportieren Aber mach mal die Musik für Turnage Weil die ist mega laut Oh man Ich glaub ich kann das nicht brauchen Warte, 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 lass mal laufen Wir werden uns hier an der Gamer verdünnen Mach mal nächstes Team Ich glaub ich kann das nicht brauchen Fabi, ne? Hinter der Tür rechts von dir Da ist er Jawoll, Fluch der Kadibik Guck mal da Die Tür, genau die ist Kannst du da eh noch Mann Wie bist du da hinbekommen? Durch diesen komischen Durch diesen kleinen Durch diesen kleinen Faulkner Oder was ist das denn so? Mach mal nächstes Rief Das soll ich gar nicht abspielen Das im Tüge hinmacht Geil Das kenn ich irgendwo, ja Was soll der sein? Attack on Titan Attack on Titan Ja, Attack on Titan war das Machen wir weiter Der Konzler Hink 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 Ja, das ist Attack on Titan Hm Hä? Kann aber in jedem Fall Die Tür nicht mehr ausmachen Dann kannst du es zerstören Hink 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 Naja ok What the fuck? LOL 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 Nein Wir sind hier abgestürzt Wie hast du den kaputt gemacht? Keine Ahnung, der lag da einfach Vielleicht sterben wir den von nach ner Zeit Da hinten durch diesen Raum bin ich gegangen, falls die Leute die tot sind Ja jetzt geh mal nochmal da durch, da wirst du sehen, dass du woanders hinkommst Du wirst immer random teleportiert, ich bin da zweimal durchgegangen, ich wurde auch mal woanders teleportiert Also ich bin wieder in dem Raum Nee Vielleicht wird man pro Runde immer random teleportiert Versuch du mal Max, geh mal hier auf Stace in den Raum Position Telling Confines Aha Ich hab hier jetzt noch, kann ich mir kurz zugucken, ich hab ja sogar einen Teleporter in dem Raum gefunden Boah, guck mal das Teil, wo Matze gerade ist, nur das ist richtig krass Was denn das? Wenn Matze es gerade gesehen hat, das ist äh Ich mein Ist schon klar wer tot ist und wenn nicht, ja oder? Ja 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 Auf jeden Fall das ist so ein Teil, wenn du da zwei Coins drauf spendest, hast du ein endlich C4 Wenn du da was? Wenn du da zwei Coins aus deinen, die du eigentlich im Tradershop herbraten könntest, da rein investierst, dann hast du ein endlich C4 Wie komm man denn da hin? Das ist so ein Traitor Raum, da musst du hinlaufen, dann ist da oben so eine Hand Und wie macht, wie, wie unendlich C4 Und wie macht, wie, wie unendlich C4 Ja, klar, 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 klar Wenn du Coins vor allem mit der C4 Okay Wenn du da hin gehst, lol Dann kommt der nächste Leiter des Todes Die Runde, also hier Musik dürft ihr nicht anmachen Leiter des Todes Weil die darf ich nicht mit abspielen, die Runde darf ich nicht benutzen Alles klar Achso, ihr habt das nicht gewusst, dass da Musik läuft Toll, hast du so ein gut gerundet Fleisch und zwar Musik anmachen Ich geh jetzt nur schon die ganze Zeit hin und her teleportieren Ich hab dick aufgeräumt in der Runde gerade Also sobald ihr irgendwann in den Raum kommt, versucht nicht das Alter, wir packen hier gerade vor Die Mucca hat schon mal die ersten Puggy-Kämpfe Mein Gott My Pairing An Versuch was wert, Luca, wann Als Maul, ey, verbiss dich Oha, ich hab hier voll das Granatenzimmer gefunden Was zum Teufel Ähm, Max Barber, warum hast du kein Leben mehr? So wie letzte Runde Oh, diesmal bin ich woanders hin teleportiert Wollen wir die zu Parry ist auch Hey, wird man zeitlich immer woanders hin teleportiert? Alter Wo sind wir denn? Achso, wir sind Jumpgun Warum hast du... Wer hat auf mich geschossen gerade? Das waren die Fester Ach, fuck, Alter Alter Alter, äh, 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 äh Da kann man ja nicht weiter Boah, wieso hast du das jetzt zugemacht? Dann... Dann... Du lächst ja schon wieder die F... Man buggt mit dieser Jumpgun ja richtig rum Wir sind hier Hä? Wo ist denn dieser... Schwimm mich die ganze Zeit... Ich werde immer an andere Sachen... Fabi, gut, komm mal mit Wir teleportieren uns jetzt hintereinander Und wir werden... Oh Gott, die Hedis sind da Wir werden hintereinander Wow Diesmal bin ich klein Ja, das ist zeitlich... Du wirst eigentlich zeitlich hin und her teleportiert Hä, wo... Wo ist denn dieser Raum nicht mehr? Der ist ein Teleporter Fabi, ist es... Hallo Beese Wo ist denn dieser Teleporter Raum nochmal? Fabi, ist es immer noch... Welcher Teleporter Raum? Der Fabi ist bei mir... Das stimmt nicht Ich bin innocent Das stimmt nicht Das stimmt nicht Wo ist eigentlich dieser Traitor-Tester? Den habe ich vorhin nicht gesehen Aber ich war noch am Leben Wie komm ich hier weg? Hast du da... Durch dieses Ding, aber ich würde jetzt nicht durchgehen Oh ja... Jetzt hat er etwas zufrieden So... So... Weiß ich auch um... Ich bin jetzt alleine mit Max Feicher drin Ne, das ist nicht der... Ne, das ist nicht der... Teleporter... Weil Mucca mich vorhin mit einem... Exklusiv fasst Das ist doch eine Lüge Verarschen wollte Ey, wo war das denn jetzt hier? Wo? Weg mit deinen bösartigen Granaten Kann man da nicht anders rauskommen? Ich hab ein kleines Helikopterproblem Ich rauskomme, bin ich direkt Das ist ein großes Helikopterproblem Hätte es ja durch das andere Tor gehen können Hä, wie? Da gibt es zwei Tote Ich hab doch gefragt Wie viele der es da gibt Hä? Lol, was war denn das? Wurde grad weggegangen Ist doch nicht dieses große Tor Wo die... Die Leute hinter stehen Oh, oh... Fuck, 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 fuck Wie, Hi Mucca? Ich bin hier alleine Ne, ich bin auch gerade da Oh, scheiße, scheiße Hä? Hey, du bist hier... Ich sehe hier keinen Desu Hier ist Fabi, ne? Mann Neue Mucca Wurde ist es Wurde ist es Wurde weg Ey, wie oft hab ich den in den Kopf geschossen Oh mein Gott Nur weil mich diese Scheiß-Heliks angestorben, ey Die Kack-Heliks, ey, die sind richtig lästig Wo ist denn dieser Raum, wo ich mir unendlich zu viel trocken kann? Ich zeig ihn dir Alter Nächste Runde Oder... Pass auf, siehst du mich gerade noch? Ne, ne Hier hinten ist er Ja, in welche Etage ist denn das? Der erste Deck Komm einfach mit Wo ist Mucca? Mucca, 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 Mucca Wurde Wurde Was war denn das gerade? Wieso er zu dir ist? Ok, wo dann? Hier, komm einfach mit Hier Geh weg mit deinem Fassen Ja, warte, wo ich dann gehen möchte Ich stehe ja Wichse Hier ist es Hier drin Ok, ok Nein Das ist richtig versagt Boah Hier Hier kann Den Raum, hier kannst du glaube ich nur als Traitor aufmachen Mach mal kurz auf Ich kann Ich kann es leider nicht immer aufmachen Ferry war Traitor Ferry war Traitor? Aua Oha Die Schweine hatten ist der Farsch Wer zuletzt lacht, lacht am besten Ich bin in den Raum reingegangen und im selben Raum wieder rausgekommen Mhm Oh Bin ich denn hier? Ey komm mal hier hin, hier ist was richtig geiles Hier, wo ich schieße, komm mal hier hin Schnell, schnell, ganz schnell Das ist richtig geil Komm mal ganz schnell hier hin Ich muss das noch zeigen, mega geil Hallo, jemand da? Ich habe einen Knopf gefunden, ich weiß nicht was er macht Ich bin auch da, aber ich habe ganz interessantes gefunden Ich bin in einem Hotel oder sowas Wieso ist denn keiner gekommen? Ich bin hier gerade in so einem Hotel oder irgendwie sowas Wie ein Hotel? Keine Ahnung Ach ich bin hier? Hier, wo bist du? Denen ist ein Knopf Wo? Wow Hier, komm mal, Max, komm mal kurz Ich weiß aber nicht wie das funktioniert richtig Wo seid ihr denn? In der Tester? Geh mal da, in den anderen, in den anderen, in den anderen, rein Irgendwelchen Räumen mit Knöpfen vertraue ich nicht Du mit deinen Fässern, ey Du mit deinen Fässern, ey Ja, okay Wir lebten noch alles. Komm, Krober, fight! Nur noch wir. Ähm... Luca, wurdest du vorhin... Hä? Was wurde ich vorhin? Ja, ich wollte dir grad fragen, ob du vorhin abgeknallt wurdest. Wie kommt ihr mal in den Aufzug rein? Ich glaub, der Aufzug fährt irgendwie random hin und her. Ja, irgendwann... fährt der mal. Ja, der ist wirklich so launisch irgendwie. Aber was macht jetzt dieser komische Knopf unten? Hast du den Raum jetzt gefunden, Luca? Ja, ja, ich hab den gefunden. Du kannst dich übrigens in dem Raum... Kannst du dich irgendwie zu vier oder fünf verschiedenen Positionen transportieren. Ja, das ist dann gerade auch nicht still. Und da hast du so drei oder vier Portale, wo du durchgehen kannst, die beschriftet sind. Okay. Ich bin immer durch irgendeins gegangen, keine Ahnung. Wer ist jetzt schon in dem Raum gestorben? Ja. 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 Ich versteh das Ich versteh das Ich versteh das Erstmal obendrauf mit der Hand und dann auf dem Knopf Fabio und Desu ihr seid noch genutzt Achso auf den Knopf Ich weiß auf den roten Knopf dann Und dann davor auf die Hand wahrscheinlich Achso Max Bar an den Bein ne Fester Kill zählt als legitim ne Ja in deine Nähe geh ich jetzt gar nicht mehr Immer krieg ich das scheiß Fass ab Hast du das nicht rollen gesehen wie das man dir vorbei rollt Oh mein Gott oh mein Gott nein 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 Holy Shit Alter Ding da 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 ding da ding da ding ding Okay so groß ist die Map eigentlich gar nicht Das Problem ist zwei Etagen sind absolut anti-usely Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Warum bist du schon badly wounded? Weil irgendjemand ne Ding Wird grad geschossen Ne fast explodiert haben lassen Machst du Ich trau dir nicht so ganz Ich wollte ja nur zwei und die Leute Halt jemand ist da weg geflogen Ich hab mich selber fast getötet Muka Ja bitte Ja bitte Da Ich hab mich selber fast getötet Muka Ja bitte Ja bitte Schlechter Versuch Schlechter Versuch Hey Muka Mit her? LOL Was passiert das Luca wieder so lacht? NEIN Was hast du dir so gedacht? Hey guck mal Hallo Du Und selbst wieder zu? Ne Musst du selbst machen Hey Muka Komm mal nach draußen Ich glaub Muka ist gerade verhindert Hör tot ein Muka ist tot Was mit dem? Ich hab den seit vielen 10 Games nicht mehr gehört Hä? Und da Du hast eben gerade nur geredet Oh Luca das war so schlecht der Versuch Was denn? Hattest du nicht Muka getillt? Guck Muka hast gesehen so geht das Oh nein ich will nicht mehr leben Kann ich verstehen Deutsch Franzose Oh nein Muka 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 Bei mir siehst du das auch? Oder sehe du ich das? Ne das sehe ich auch Hä? Alter Alter ja Hatt mich im Bruch Hatt mich im Bruch Hahahaha O 귀여uble Ey Luca man hat einen Aim ne? Junge das ist der Hammer ja? Wer hat den Kill angedechnet bekommen Perry Was? Wer hat den Kill angedechnet bekommen? Das meinst du? Das hat auch keiner mehr. Aber Luke hat mich getötet. Aber wie? Ja. Was habt ihr? Oh nein bitte nicht. Nein. Ich glaube ich sag dann mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo gehts denn hier raus? Da ist ein Aufzug. Nimm ihn. Schnell geh rein. Im stolz Maul. Ich weiß ja noch wo ich bin. Ich glaube der Aufzug fährt aber echt immer random. Ich möchte ja nie rein. Jetzt hör auf zu lachen man. Dann rät's mich voll. Alle unterschiedlichste Skripte. Nein. Oi Luca ey. Du bist der Schlecheste zu 4 Planten den Skripte auf dieser Welt. Ja mit mir geht man doch von der Leiter runter. Oi Luca du bist so schlecht. Die Web war witzig. Ich wollte die Pläne. Ich wollte ihm noch so im Flug armen. Aber mit E geht man auch von Leitern und Anleitern. Yo Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video. Und unten den letzten TTT Part. Haut raus.